hey freunde und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vigor und in dieser folge habe ich die mosin dabei und ob das nicht schon schwer genug ist mit der mosin ein kill zu machen durch die lange repartierzeit hat man natürlich nicht so hohe feuerrate und trotzdem habe ich es hier geschafft zwei kids über kim und korn zu machen ich wünsche euch mit der folge viel spaß danke freunde pinge direkt auf dem point der nächste da wo wir markiert haben direkt drauf das rote haus dort oben so genau über so ein blödes freistehende feld das sind zwei häuser da die garage und dahinter steht noch aus weiß ich glaube ich auch die garage ist ja auch auf der karte ja gut hast recht gucken dass man von oben hier nicht ab wir eben werden macht mir am meisten sorge hier oben hier felsen da hinten sind welche da ich werde gerade schon angeschossen also du rennst da bei den balken da sind denn da ist sie ja überhaupt nicht getroffen in die garage dann und sind wir schon schnell wieder raus schon schwer mit der mosin hier nicht zur hintertür reingehen schießt einfach drinnen ballert der wohl umher der war draußen an dem container ab schuss das war nur den hier hinten ich häng fest ich seh nicht nicht hinten an die tür rangehen ist meine Arbeit schön über kämmer und korn den weggeholten geil ziemlich hinausschießen es ist ein dreier team gewesen jetzt ja achso wir haben gar nicht du hast ja zwei getötet oder ich hab zwei ja äh vss ich glaube da ist neuer drinnen ich glaube da ist neuer drinnen man war da draußen ein team und drinnen ein team ich habe auch gerade auf dem weggeholten nein dann ist er hier raus auf das doch also ist jetzt ja hinten dürfte Er hat sich hingelegt. Haben. Echt? Hm. Hier ist eine A74K drin noch, wenn du möchtest. Nee, danke. Ich habe eine Bugle von dem anderen. Und unten die beiden hatten jeweils eine VSS mit, falls du noch haben möchtest. Achso, du hast ja noch. Ja. Na, ich würde dich tauschen gegen die Mosigen. Also geil ist die. Ich habe jetzt mit Kimmer und Korn geschossen. Kann es echt geil anvisieren. Ey, wir waren gar nicht dran an den Dings. Ey, ist ja noch einer drin? Da hat es gerade geblinkt. Da hat es gerade geblinkt drin im Haus. Was wirklich? Ist das so eine Comp Station drin oder ist das so ein Blink denn da? Na, vielleicht haben sie so ein Dings so festgestellt. Ist möglich. Wollen wir mal die andere Waffe haben? Wo blinkt denn das? Oben oder unten? Oben. Also hier, hier. Blink laufend. Aber regelmäßig. Ja, regelmäßig, ja. Mal schnell umschalten hier. Schon leer, ja? Na ja, gute Beine hat er relativ viel bei hier, muss ich sagen. Boah, hier stand eh noch drin in der Ecke und sch- Oh. Echt? Ja, aber der, der war, Gott sei Dank hat der nicht getroffen. Oh Gott. Ah, der hier blinkt hier, das ist, ach so. Ach, äh, ach Quatsch. Ich hab von oben wahrscheinlich durchgeguckt und hab den in den Raum durchblinken sehen. Meinst du? Ja, der war anvisiert die ganze Zeit, wir hatten ja wohl eine Waffe bei, ihr habt mit Scope? Äh, na, A1, ja. Mhm. Naja. Boah, wie, ich kann, wie, ich kann, wie, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber, ich weiß, äh, gute. Ich hab den Ecke gerade erschossen, okay. Hier sind noch Komponenten für VsS drin. Mhm. Boah, krass, der Techno war wirklich kurz, äh, jetzt habe ich schon gerade Teil, die mir auswiegend glottet haben. Ja, da ist nicht viel, der wurde schon den Lootet von seinem Kumpel, wahrscheinlich. Oh, okay. Äh, wo hast du denn den getötet in der VsS? Äh, na, die hatten beide eh, damit eh mal da, wo die Mülltonnen stehen. Ich finde, dass wir hier schon so eine Ruhe looten, aber ich meine, hier können ja noch mehr kommen. Hier, der sollte eigentlich eh nach haben. Mhm. Und der hier drinnen in der Garage liegt, der wäre wahrscheinlich schöner zum Looten gewesen. Hm. Und der Waffenkomponenten hier, unglaublich. Ähm, gut. Ja, eine VsS und Munition hat der auch noch für die VsS dran. Ich ping mal, hä? Mhm. Der nächste ist jetzt hier bei der Antenne gleich. Okay. Wo ist denn die? Ist die wieder bei dem? Hm, so. Ah. Äh, der Antenne gleich, der wird ja scannen. Komm mal her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich will an den LKW ran. Ah, ich dachte, der ist jetzt ein Sender hin, dass ich... Nee, wenn der jetzt scannt. So, hätten wir das nicht weiter hier dran machen können, dass wir uns noch irgendwo hinter verschließen können. Nee, wie kannst du hintergehen? Nehmen wir das auf freien Feld. Ich dachte, er scanns. Bleibt der da liegen? Der müsste zu sehen sein eigentlich. Der vor der Felsen müsste da liegen. Wenn er da nur liegt. Dann hat uns der doch safe schon gesehen. Oh, der Mucki rennt wieder ran, weil er einen Kill haben will. Das letzte Mal. So ist das Leben. Aber ich soll schön warten und in Tarnung bleiben, weißt du? Ich bin in Tarnung hier. Ach, da haben schon zwei den Drops. Ja, nee. Ach, sie rennt schon raus. Ja, wo sind die da oben? Da oben. Das lohnt sich auch gar nicht mehr, da hochzurennen. Nee. Also, ich bin... Ich dachte, da kraucht eine aus dem Ding raus. Da wäre jetzt so ein bisschen Wasser, was da ist komisch raus. Oh Mann, ey. Lädt mir vor uns das ein. Wo wollen die sind? Auf jeden, wo wir zufrieden waren, sind wir nur in dem ollen, äh... ...gedönst zu stehen, ne? Ja, kommen wir raus. Ja, ich scanne nochmal der Punkt da halber. Stimmt dann, wenn man weg ist, ne? Weil sie hier noch irgendwo sind. Äh, der unten ist inner und hier oben. Nein. Das lohnt sich jetzt nicht zu warten. Ich denke mal, die kommen... Ja, der inne wird... So, kommt vor hinten. Ich denke, die kommen raus. Die kommen da raus. Bei uns? Mhm. Mal warten. Ja, können wir den ja so ein Stück einziehen gehen. Der untere jetzt nicht, aber der obere. Auf jeden Fall. Denke ich. Aber es ist auch nur inner, ne? Einfach was sagen, können ja auch nur 2 sein. Aber nee, du hast ja gerade den großen an dem... Naja. Naja, wie schon. Äh, gepinkt. Descanned habe ich, nicht gepinkt. So. Warte, nicht zu dicht dran rennen. Und wo kommt denn die Zone? Na von hinten. Na gut. Wenn er sieht, der wird sich wahrscheinlich noch den einzelnen Drop da holen. Der wird hinten rausgehen. Der wird uns nicht entgegen kommen. So würde ich es jedenfalls machen. Der wird probieren, mir noch den letzten Drop zu schnappen. Ja, meinte ich schon, ja. Der wird auch gemacht haben wahrscheinlich. Also ich zweifle, dass der uns jetzt nicht entgegen kommt. Ne, wird auch nicht. Wird auch nicht, wird auch nicht. Das Wunschdenken. Außer der macht hier den... Der versucht unbedingt den... Der Zeitstatt zu machen. Ich kann ja auch viel passen auf die Tür machen, oder? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, komm, dann muss ich es raus. Toll, jetzt hätte ich es vor dürfen. Ich bin hier nur zwei KC machen. Ist doch nicht normal. Ich kann noch nicht aufgeben. Der Drop ist aber auch noch nicht weg. Ich glaube, ich gehe den KC mal. Der ist hier noch. Na, jetzt ist es in Druck. Na, dann komm mal zurück. Nein. Ich will erst das. Ich will nicht stoppen. Weil du schüppst du. Vielleicht ist er so bloß ein dober Sender, weil der hat sich ja null bewegt. Oh Gott. Ja. Bis so weit. Ich stelle hier einfach noch meine Kontaktbomben auf und fertig. Wenn er hier vielleicht eine Schnelle noch vorbei muss. Und raus schleppen ist ja auch Blödsinn. Oh, schaffst du das? Schlippst du wahrscheinlich. Die Zone ist jetzt so heftig. Oh, da gehst du. Ah, ja, das war dann vielleicht auch taktisch unklug. Hast du J bei? Natürlich nicht. Mal Koffein. Ah, ja. Na, ja, könntest du schaffen. Obwohl, du hast ja schon länger die Zone jetzt so als ich. Mhm. Ja. Wie warst du noch? Hälfte. Äh, schaffst du. Ah. Äh, schaffst du. Ich bin aber auch nicht ganz so sicher, wer. Ich dachte so, oha. Du, das ist ein Sender wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Drei geht's wieder. Alter. Aber die E-Mail ist schön mit Kopfschuss. Schon die dritte Runde, ne? Ich zwei, du drei geht's. Ja. Unglaublich. Läuft. Für dich, ja. Ja. Ich Da. Vielen Dank.